Was geht denn ab Junge? BAH! Nein, nein, nein! Morgen Jungs und Mädels, wir spielen SCP Containment Breeds und ich starte mal. Breeds? Breeds. Und es gibt ein Update. Na und? Ja, was noch und? Ein Update, ja 1.05, ne? Ja, das wollte ich hören. Und es ist nichts besonderes. Es gibt ein paar neue Sounds, Bugfixes. Wir haben schon mal eine Aufnahme gemacht, die war allerdings ein bisschen fail, weil wir ziemlich viele Maus-Bugs hatten. Und das scheint an Fraps gelegen zu haben, aber wir dann nochmal ohne Fraps aufgenommen haben. Äh, nicht aufgenommen. Dann ohne Fraps gespielt. Und da lief es dann ziemlich normal. Ja. Und jetzt nehmen wir mit einem anderen Programm auf. Und ja, jetzt haben wir noch keine Probleme, ne? Noch nicht. Noch nicht? Bitte jetzt nicht. Das war schon schlimm, ne? Das war hier Level Hardcore. Mit Maus-Bugs. Und auf einem Bundle. Genau, hier hört man schon mal die neuen Sounds. Ich finde das ein bisschen komisch. Die Folge lade ich vielleicht in drei Wochen mal hoch. Wenn ich Lust habe, muss man gucken. Aber es waren nur sieben Minuten und es ist im Prinzip nicht passiert aus dem Maus-Bugs. WTF? Hast du eigentlich schon gesagt jetzt, dass es neue Sounds gibt? Ja, habe ich doch gesagt. Weil ich es nicht gerade hier so erwähnt habe. Aber ich finde es hört sich voll komisch an. Warte, nicht wie eine Tür. Ich finde es gut. Jetzt ist auch eine Tür an. Ja, das klingt so ein bisschen Star Trek-mäßig. Ah ja. Eine Tür. Ja, es rooms halt nicht mehr. Aber ich finde es in Ordnung. Das fanden wir doch so geil, wenn es mal geromst hat. Das war unser End-Sound früher. Jetzt machst du so DUP am Ende kurz. Stimmt, das machen wir gar nicht mehr. Unser End-Sound, oder? Natürlich. Machst du den noch? Ich mach den noch. Am Ende vom Video immer. Du machst den vielleicht nicht. Nein, ich bleib nicht drin stecken. Machst nicht. Du brauchst da jetzt nichts zu sagen. Ich möchte heute mal das eine SCP, das wir noch nicht gesehen haben. Wir haben ja alle gesehen, außer... Nein, warte. Nein, warte. Das ist nicht gut. Genau, ein SCP haben wir ja noch nicht gesehen. 066 glaube ich, oder? Dieser Haarknoll, Hackfleisch, was auch immer. Hackfleisch-Dinger. Ich habe es jetzt nur auf Video-Thumbnails und... Ja. Und wo habe ich es noch gesehen? Ja, egal. Jedenfalls haben wir es noch nicht. Geh mal in die Cafeteria da, wo SCP-294 ist. Da hat sich was verändert. Irgendwer hat es da ein paar Mal geschrieben. So ungefähr bei jedem Video. Ne, ist ja okay. Wir versuchen ja auch da rein zu kommen, aber... Als ob wir da absichtlich nicht reingehen würden, oder so. Ich meine, wenn wir hinkommen, gehen wir ja rein, aber wir verrecken halt immer vorher. Sollen wir was speichern? Ist das ein Update? Ne. Nicht? Schade. Wir müssen zu dritt spielen, weil so können wir nie eine Mehrheit erreichen. Verstehst du? Außer beide Stimmen dafür. Wieso gehe ich echt schon wieder da runter? Egal. Bis jetzt habe ich es fast immer überlebt. Oh. Da guck, ob die Hand da jetzt ist. Scheiße. Enjoy yourself. Scheiße. Ja, geht es da rechts da durch die Kisten rein. Da ist doch der Peller. Ja und? Der macht doch nichts. Der ist zu weit weg. Um zu interagieren. Okay, keine Ahnung. Da würde ich dem jetzt folgen. Wann ist der Tradition? Nein. Ich gehe wieder hoch und... Das ist irre. Boah. Ja, so schlimm war das jetzt nicht. Ja, das Geräusch, Mann. Und dann hat er mich verfolgt. Ja. Kannst du da lang gehen, oder? Oder war da eine Kreuzung? Da war eine Kreuzung. Und da ist ein Entfuhren wahrscheinlich. Ja. Jetzt müssen wir die ganze Kacke wieder machen. Und ein Maus-Bug. Genau, wo kam ich denn her? Wahrscheinlich... Ich bin doch schon nicht links gegangen, so wie immer. Das musst du wissen. Ach, da ging es nicht weiter. Nein! War da noch eine? Noch eine Kreuzung? Bitte. Hä? Dann müssen wir echt da unten lang, ne? Ja. Seems like. Ja, gehen wir nicht ganz zurück. Ich habe jetzt auch keinen Bock drauf. Sorry. Müssen wir wieder hinlaufen. Nicht, dass er doch da steht. Ich habe da irgendwie Angst. Auch wenn es nur... Normalerweise nur einmal... Wenn er einmal nicht da ist, dann kommt er dann auch nicht plötzlich da rein. Kritisch ist, wenn er schon mal beim ersten Durchgang da drin gewesen wäre, dann ist nicht sicher, wenn er danach woanders abgedaucht ist, dass er dann... nicht nochmal da drin ist. Bitte. Enjoy yourself. Ich glaube... Ich muss warten. Weil die sind, glaube ich, blind. Und hören mich. Auch wenn ich hinten bin. Meinst du? Ja, der andere hat sich auch völlig umgedreht. Was geht denn ab, Junge? Boah! Nein, nein, nein. Tja. Ich kann nichts dafür. Diese Map ist einfach... Kacke. Was hat er gesagt? Someone there. Also nochmal, komm. Oder ist das schon lange genug gewesen? Nein, das sind fünf Minuten. Wir haben ja heute eigentlich keine Zeit mehr. Aber... Ich sterbe eh gleich wieder. Kriegen wir wieder so ein Map Seed. Der völlig gegen mich läuft. Mach jetzt gescheit. War klar, dass das kommt. Mach jetzt gescheit. Ach, der ist ja nie so ein... Alter, fuck. Was ist denn schon... Du sollst gescheit machen. Halt die knappe... Mit so nervösen Zuckungen immer. Meine Hand zuckt gleich in Richtung deines Gesichts. Ich fuhre kurz den Weg eigentlich. Geh weg da! Oh, der ist ja weggegangen. Alter. Aber mir kommt es auch vor, als wären da jetzt mehr Maus-Bugs irgendwie. Hm. Wir hatten doch mit Thrups sonst auch nie Probleme. Was ist denn da los? Neues Feature, ne? Maus-Bugs. Gehen wir mal da lang, ne? Ja. Aber wieder dieser Raum, der ist jetzt mal so scary aussah. Wieche? Mit den Lüftungsdinger, die aussahen wie Augen und dann die Tür. Ach so. Boah. Da war es dunkel und dann sah das aus wie so ein Totenkopf oder so. Ich möchte da nicht mehr runter. Ah, da ist eine andere Kreuz. Perfekt. Das heißt, du hast gerade im Spiegel geklopft. Ich bin auch egal. Ich bin auch egal. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Oh man! Du bist so still. Na, ich hab vorhin besser gelohnt. Bei der Fail-Episode. Ja. Die war wirklich, äh... Fehlerhaft. Hä? Ist er bis im Kreis gelaufen? Ich hab's doch jetzt noch gedreht, oder? Was ist denn das so ein Sound? Ich hoffe, das ist nicht der Sound. Das ist der neue Grind-Sound, ja. Oh, das ist gut. Hier ist eine Karte. Hier, dann sammel die Karte auch ein. Ja, wo ist denn die immerhin? Im Mikal. Magst du doch? Nein, der ist da. Der ist da, der ist da, er ist da. das machst du nicht zu aber jetzt alles ja ebenso zurück zu dem anderen raum ja wenn sie aber auch erst gucken kann was da dann auch kommt meinst du es da drin ist da in einem anderen raum gewesen das stimmt aber das glas ist noch intakt oder das andere ist kaputt das ist kaputt kaputt ich will sich da lang gehen ich will durch die Entrance Room durchgehen, was war denn da eigentlich? eigentlich geht es nicht, weil eigentlich muss es bei der Kreuzung gewesen sein ach 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 gehen wir da lang ich will dieses SEP, wir machen jetzt hier schnell ich will es sehen als ob ich glaube da kann man was hören die Cafeteria ist doch erst in der Entrance Song ja dann kommen wir da hin mit ein bisschen ich weiß nicht, das ist erstmal voll erschrocken, wie das einfach zugelangt ist der Hausmaster wer sagt eigentlich das ist Hausmeister, ist das offiziell oder sagen wir das nur? ich glaube das ist er schon vor allem behaupten der Hausmeister ich weiß nicht, ich glaube irgendeiner hat in die Kommentare geschrieben, dass es der Hausmeister ist ich glaube das war eine Episode, wo ich den das erste Mal gesehen habe ja klar und dann muss es ja stimmen da hat es da Alex Weg geschrieben, dann ist es so weil er es dann eingebaut hat hehehe auch die Foundation braucht einen Hausmeister ich habe so das Gefühl wir müssen wieder durch diesen scheiß Tunnel ich glaube es läuft jetzt immer darauf hinaus, oder? das einzige Weg wieder Mann ey es ist jetzt das dritte Mal heute, dass der reingehen muss und mit dem ganzen runterfahren naja, der Forest ja jetzt bin ich halt echt tot du kannst es vergessen und jetzt hat er eine Mausbank gehabt, oder reicht es? ist ja egal ach man das war's jetzt zu was ist das für ein Scheiß heute? kommt halt vor kommt halt vor das ist halt so mit den ganzen Updates das ist so wie bei Youtube das ist eine Zeit lang gut dann machen sie ein Update von irgendwas und dann ist es scheiße und dann muss man sich dran gewöhnen ja aber wenn man sich dran gewöhnen dann kommt dann das nächste Update was dann auch beschissen heißt die desensibilisieren einen damit es nicht immer scheißiger wird aber langsam so naja wir fressen den Scheiß, der uns vorgesetzt wird ne hab jetzt halt nichts neues gesehen außer diese Tür-Sounds ja aber das sind nicht die einzige Sounds, denke ich mal ne das wäre zu wenig wir haben jetzt nicht mehr als die die Light Containment Zone gesehen ja schau mal war beim nächsten Mal vielleicht wenn ich wieder spiele ja jo in der Woche gibt es wieder warte mal ich hab ne Idee wir können ja diese Fail Episode weil das war jetzt eine kurze Episode wollen wir die vielleicht aneinander hängen ne ne machen wir nicht ja jetzt habe ich dann zweimal gespielt ja ich spiele ja das nicht mal zweimal bis dann ja 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 ja